Beatrice Egli verbringt den Jahresbeginn in ihrer Heimat, der Schweiz. Auf Instagram zeigt sie sich in einem Video mit einem Mann. Was hat es damit auf sich? Beatrice Egli. Verschneite Grüße aus der Schweiz. Viele Menschen auf der ganzen Welt nutzten die Tage rund um den Heiligabend und Silvester, um in ihre Heimat zu fahren und Energie zu tanken. Diesen Plan verfolgte auch Beatrice Egli, 35, die die Festtage natürlich bei ihrer Familie in der Schweiz genießen wollte. Den Jahresanfang versüßte die ehemalige DSDS-Siegerin ihren Followern auf Instagram dann passend mit kleinen Schnappschüssen aus der verschneiten Schweiz. Viele Fans der volles Risiko-Interpretin sind ganz neidische bei dem winterlichen Anblick. Und kommentieren beispielsweise würde gerne mit dir tauschen. Das ist doch wenigstens Winter. Ich liebe die verschneite Landschaft, wenn die Sonne schneit. Und würde gerne mit dir tauschen. Lieber ein bisschen Schnee und nicht immer nur Regen. Schöne Fotos. Doch nicht nur in ihrem Instagram-Feed lässt Beatrice ihre Fans an ihrem Heimaturlaub teilhaben. Sondern auch in den Storys postete sie einige Momente. Dabei fällt ein Video den Fans ins Auge. Beatrice Egli. Bruder Marcel Egli begeleitet sie bei ihrem Urlaub. Bei solch einer tollen Schneelandschaft, mit der Beatrice Egli derzeit umgeben ist, wäre es natürlich ein Schmarrn. Die Skier nicht rauszuholen und auf die Piste zu gehen. Gesagt, getan, so postete die Schlagersängerin ein Video, wie sie mit einem Mann auf der Piste ist. Na nun? Hat Egli etwa einen neuen Freund? Tatsächlich bestätigt sie mit ihrem Video keine neue Liebe. Denn bei besagtem Mann handelt es sich um ihren Bruder Marcel Egli. Die beiden stehen sich sehr nahe, so begleitete Marcel seine Schwester schon oft zu auftritten. Gemeinsam schienen die beiden ordentlich Spaß im Schnee gehabt zu haben. Wie schön, dass sich die Geschwister so gut verstehen. Ein Blick in die Bildunterschrift von Beatrices neuen Instagram-Post verrät auch, dass Marcel die Schnappschüsse von ihr im Schnee geknisst hat.